Ihr wollt wissen, warum ich hier klatsche? Dann bleibt dran! Tag auch, wie ist es euch? Ich bin der Sven und wir spielen heute eine weitere Runde des Satisfactory. Werd haben wir heute vor? Erst mal ein Kiffchen. So, als erstes. Ich habe Leitung gezogen. Schöne lila Leitung. Das heißt, hier wird gerade Petrolkoks hergestellt und da vorne wird, da, wird Zeugs hergestellt, Sprit, also Fuel, und der Petrolkoks wird hier oben im Moment in zwei Spritter gehauen. Äh, da. Falsche Richtung, so. Ja. Sonst geht mir die Maus im Maus im Fenster. So, ähm, ja, also hier zwei, ja, aber, ich meine, ihr seht das oben rechts schon, mir ist da was passiert. Wir brauchen die Fabrik, die ich gerade baue, eigentlich nicht mehr, weil wir haben die 4000 erreicht. Ähm, ich habe das Ganze aber, ne, während ich hier rumgebastelt habe und die Leitungen gelegt habe, also die, die Rohre und so, und, ne, da hinten das ganze Wasser rangekarrt habe, habe ich natürlich geistesgegenwärtig auf, aufnehmen gedrückt. Und, ich spiele euch das mal ein und in der Zwischenzeit fliege ich zum, ähm, zum, 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 zum. Viel Spaß. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Und warten darauf, dass er losfährt. So wie es aussieht, funktioniert das eigentlich... Sag mal, möchtest du noch mal? Ah, bitte. Wie es aussieht, kriegen wir genug an Öl rüber. Also das passt. Das ist natürlich das andere Ding. Ich weiß nicht genau, wie es aussieht, wenn der Sprit auch wirklich verbraucht wird. Da müssen wir dann noch mal drauf achten, wie gut das dann funktioniert. Aber das werden wir wohl hinkriegen. Das ist irgendwie heute ein bisschen sehr leise. Das leiser geht auch, habe ich tatsächlich. So. Viel besser. Das kriegt man leider auf dem Schredder nicht so mit, weil der ist halt immer laut. Wir holen uns auf jeden Fall jetzt erstmal schön, wir schließen die Phase 4 ab. Wir werden aber die Fabrik hier weiterbauen. Da wäre ihn ziemlich quatsch aufzuhören. Da gehen wir nämlich hin, bauen die fertig. Dann hätte man quasi, oder habt ihr gesehen, wie man so eine Fabrik aufbauen kann, auch mal in groß. Ich meine, das haben wir ja schon mit den ganzen anderen Teilen nie richtig gemacht. Das wäre was für Staffel 2. Das wäre dann ein bisschen konsequenter auch auf Massenproduktionen oder so gehen kann. Da geht unsere Drohnen. Hallo, tschüss. Da bin ich ja echt mal gespannt, wie sich das verhält. Die Diener geben ja auch ein bisschen was an Coupons. Wir ruckeln uns ein wenig durch die Gegend. Wissen wir heute so ruckeln? Durch die Land. Ach, diese Zugfahrt. Die ist immer wieder schön. Stimmt, hier fährt Aluminium, wo ich dachte, was kommt denn hin, darf hinzukommen? Aber ich freu mich so, dass wir die, ähm, diese, ähm, Fahrtloks, zumindest endlich, ähm, zerstören können. Dann stellt sich die Frage, ob man dann noch Gasmasken braucht. So, beziehungsweise die normalen Filter, die, äh, die, äh, kann noch irgendwie Sinn machen, aber man braucht sie ja auch wiederum, um die, ähm, die, ähm, die Jodfilter für, äh, äh, den, äh, den anderen Anzug, ähm, ähm, Das ist das erste Mal, dass mir diese Fahrt wirklich lang vorkommt. Ich verstehe nicht, warum er heute so ruckelig ist. Naja, mir ist wohl, ist wohl nicht so schlecht. Oder hängt das mit dem neuen, äh, OBS-Update zusammen, das kann natürlich auch sein, das habe ich nämlich gerade eben erst installiert, das ist eigentlich doof, aber, naja, passiert halt. Rufschalten. So, da raus. Und dann einmal dort drüber. Hier produzieren wir schön. Wie sieht das eigentlich aus? Oh, du hast gerade. Standen die nicht mal hier richtig an? Okay. Wir gucken heute noch ein bisschen hier rum. Heute geht es nur darum, da hin zu gehen und vielleicht, wenn wir sie kriegen können und uns leisten, eine goldene Tasse. Was ja eigentlich mal mein erklärtes, äh, Ziel dieses Spiels war. Der Kollege hier auf jeden Fall produziert immer noch schön weiter. Da ging gerade sogar einer ab. Und der, aber da unten stehen sie an. Wunderbar. Wir stellen uns aber für den Moment einmal hier unten hin. Und zwar wirklich vor das Terminal. Und sagen. Ziel. Und. Send. Und. Und der Kollege. Wie lange haben wir das nicht mehr gesehen? Und weg. Wunderbar. Ja. Nicht verfügbar im Early Access. Wir haben, wir haben keine Aufgabe mehr. So. Bisschen Musik dazu. Schauen wir doch mal weiter. Wir sind hier. Erstmal gucken wir jetzt. Was sagt uns, äh. Der Shop. Ich muss sagen, mein Lager, wenn ich es von außen angucke, vom Grundprinzip gefällt es mir immer noch. Erstmal gehen wir hier hin und gucken. Was haben wir denn an? Angucken. Immer wenn so ein Ding reinkommt, geht das echt gut hoch. 77. Die nehmen wir da direkt. Kommt. Am Wochenende habe ich eine Runde mit Herren Spielgings gezockt auf einem alten Spielstand, den wir seit zwei Jahren auf dem Server laufen haben. Aber nicht mehr gezockt haben. Aber er lief halt. Durchgehend. 1662 Coupons und wir schmeißen da nur Scheiße rein. Also Billo-Zeugs. So. Hier haben wir alles. Hier haben wir alles. Hier haben wir alles. Wir sind überall drin. Hast du mein Sorg? Auch durch. Sonderangebote. Die Boombox. Die Kollegen. Ich meine, da müssen wir definitiv noch ein bisschen aufsparen. Ausrüstung. Kostet nur ein. Das ist ein bisschen enttäuschend. Ich dachte, die wäre jetzt wirklich teuer. Na? Wir haben immer noch nicht tausend zusammen, um das große Ding zu kaufen. Aber who cares? ähm. So. Du wirst ausgetauscht. Und du kommst da rein. Du kommst. Ah. Da. Ah. So. Wir haben es. Jetzt gucken wir einmal oben. Ob wir da was zu tun haben. Also heute hat der aber so richtig, richtig, richtig zu kommen. Einmal da durch. Äh. Da geht's runter. Da geht's rauf. Das tut weh, wenn man jedes Mal vor die Wand trennt. Vielleicht sollte ich nicht rennen. Power. Power. Nein, wir sind noch nicht oben. Wir müssen noch eine höher. Da sind wir. So, Hallöchen. Äh. Falsche Richtung. Ach, ist aber auch nicht so schick. Also, ne? So ein paar Sachen gefallen mir wirklich gut. Warum auch immer das. Naja, da könnte man noch was anmachen. Gibt es hier nichts Neues? Keine Stufe 9, keine Stufe 10. Wir sind's. Durch. Äh. Haben wir nie getan. Haben wir nie getan. Haben wir nie getan. Werden wir niemals tun. Befürchte ich. Aber egal. Nein, wir schießen da jetzt nicht drauf. Hallo? Lass da in der Hand. So wie sich das gehört. Ah. Die passt auch praktisch besser ins Konzept. So. Hier geht's nun. Da geht's durch. Hier rum. Hier raus. Da lang. Hier rum. Hier nicht reinfallen, sondern rüpfen. Und wir fahren wieder zurück. Ja. Damit haben wir... ...irgendwie... ...unser Ziel erreicht. Wir fragen ins Warum. Weil die ganzen Spasta jetzt noch machen. Aber die Antwort ist, weil wir ihn angefangen haben. Ich wollte nach den Würfeln gucken, warum sie nicht gemacht werden. Ja. Macht das. Das ist auch nicht so wichtig, die Pasta da reinzuschmeißen. Die große Frage wäre, in einem... ...Plat360 Season 2... oder in einer Version 1.0 komplette Wüste hinten zu nehmen, um dort wirklich nur Space Elevator Parts herzustellen und konsequent, also auch in größeren Stückzahlen, konsequent in vornherein das aufzubauen. Mit vielen Umbauten und so, damit man dann wirklich die großen Stückzahlen herstellen kann. Und natürlich auch ein bisschen schneller mehr. Das wäre sowieso eine Frage, wie ich das am sinnvollsten hinweg habe. Wir hätten ja, wir haben ja am Anfang nicht die Möglichkeit, uns schneller irgendwelche Barren zu machen. Also Eisen, Kupfer, Krätherium, die können wir einfach nur einspritzen. Irgendwann kommt die Ölverarbeit. Ab dem Moment haben wir Raffinarien und können dann mit den Alternativrezepten arbeiten. Die würden es natürlich auch erst wiederholen müssen. Wobei, da bin ich ehrlich, in dem Fall würde ich nicht hingehen und nochmal eine Nummer machen. Ich bliege hier rum und tue mir die ganzen Festplatten, sondern ich würde einmal das Safe Game auch reingehen und mir die Rezepte... Ich würde einmal sagen, alle freischalten und von vornherein müssen wir dann im Container voll hier Power Shards hinsetzen. Vielleicht auch einen mit den Festplatten. Das könnte man machen, im Container mit Festplatten da hinsetzen und dann wenigstens die Forschung eben selber machen. Weil dann, ja dann haben wir die Diener da drin, können wir sie einmal durchforschen, ob das so. Dann haben wir nicht beides ausgemacht gemacht. Also an den Festplatten rein. Forschen lassen, unterm Schatten. Ich muss die Hölle davon fertig machen. Das ist jetzt nicht so schlimm, weil hier schwebt alles. Also die Plattform da rechts, auch die ich gerade mit der Handkriegsrechte habe, dass ihr sich super sehen könnt, die ist gestützt von diesem einen Völler, also von diesem einen Felsen. Das ist halt vollkommen akatsch. So, anhalten. So. Ist auch die Zeitgucke, also viel anfangen können wir heute nicht machen. Was habe ich denn dabei? Wir brauchen als nächstes in dieser ganzen Kette, müssen wir Residual Rubber machen. Letztendlich. Dieses Rezept hier. Weil da kommt Wasser und das Zeug rein. Das Interessante steht in dem Ding, wenn ich als Alternativ rezeptiere. Ich weiß gar nicht mehr. Ist das eins, das man über eine Festplatte kriegt? Oder war das von vorne rein da und das ist nur eine Festplatte? Egal. Was wir jetzt brauchen ist halt erstmal das Zeug in Gummi, dann Gummi, quasi hier das unterste. Gummi in Plastik, dann wieder Plastik in Gummi, damit Gummi wieder in Plastik gemacht werden kann, und sich das so ein bisschen hochschauen. Wir können ja mal klar. Wir brauchen erstmal für den ersten Schritt 16 Stück. Das heißt, wir brauchen das hier fünfmal logischerweise für die 15. Und dann müssen wir eine dazu fahren. Das heißt, ich pack mir noch eine mit rein, weil das macht keinen Sinn, dass ich da jetzt zwei abreißen. Die Produktion ist das Richtige. Eine dazu. So. Dann wäre schon mal einfach. Wir bereiten uns jetzt vor, dass die nächste Folge wieder ein bisschen anders wird. Äh, falsch. Auch falsch. Ist recht falsch. Viel richtiger. So, wir haben 0,150 und damit sind wir über die 160 hinaus. Auch wenn wir sie hier richtig gehabt hätten. Aber, das machen wir jetzt nicht. So. Sternbetungsbegle. Sternbetungsbegle. Ja. Wie viel brauchen wir davon? 160. So. So. Oder 260. Egal. Davon brauchen wir 480. So. So. Das ist. Eisenplatz. 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 So. Fertig. So. Jetzt gucken wir einfach mal, wie weit kommen wir, was bringen wir schon mal hin. Wasser haben wir noch 900 zur Verfügung. Also. Wie kann ich das zeigen? Ich habe das Wasser nicht schon mal bis hier vorne hin geführt. Wir müssen eigentlich, ähm, den Punkt hier nochmal anpassen. Richtig. Diese Leitung muss hier ein Kreuzchen kriegen. Ähm. Und die hier oben sind. Ist noch voll. Weil hier gehen nur 300. Die geht bis ganz hinten durch. Und die letzten drei bekommen halt jeweils 100. Also. 300 gehen da weg. Da habe ich auch nur noch eine 300er Leitung. Ja. Dann können wir hier das Wasser weg greifen. Wir brauchen insgesamt nämlich noch 623. Ne. 624, irgendwas. Also. Ganz bescheuerte Zahlen. So. Jetzt ist die große Frage. Wie gehe ich hin? Stelle ich die anderen Raffinerien, weil es schöner aussieht, so auf wie die? Ich meine, dieser Pöller hier kommt eh wieder weg, wenn ich oben rangehe. Weil die sind einfach nur gerade, um das hier hochzubauen. Kann ich eigentlich auch direkt machen, weil er hat, er soll auch keine ästhetische Funktion haben. Der hat gar keine Funktion. Das Problem bei dem Ganzen wird hier dieser Überschuss. Aber den kann ich zur Not anders lösen. Ich muss ja dann hier vorne auch, vielleicht nicht da rein und dann da drüben rein. Ja, das sieht bescheuert aus, aber nicht. Das heißt, wir machen den Spaß dahin, drehen ihn um und setzen ihn direkt an. So. 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 Sieht gut aus. Es könnte so, also wenn ich die nah dran mache, könnte es sogar halbwegs vernünftig aussehen und passen. Ne. Ja. Da haben wir dann erstmal. so. So. Und da. So. So musste fast, ne? So muss ich mal so... Da rein... Da hin... So. Jetzt ist nur noch die Einzelraffinerie hier. Die dort rausschmeißt. Quatsch. Der war... Falsch. So rum. Moment, wie viele haben wir da dran? Ah, das reicht locker. Da können wir das nämlich schon mal direkt hier rüber ziehen. Da habe ich sogar noch was Sinnvolles hier mit euch gemacht. Die schon mal aufgestellt. Da hauen wir jetzt auch direkt das Rezept rein. Und das eigentliche Anschließen machen wir dann... Das mache ich wieder zwischendurch, weil wir müssen uns... in dem Fall von... dort... euch hier... das Ponymeer-Harz holen, dass wir im Moment... wegschreddern. wegschreden. Ja, das kommt jetzt gleich wieder. Hup, weg, zack. Das Ponymeer von da hinten... geht dann da rein. Fertig. Genau so. Wasser ziehen wir da rum. Ich habe mich noch überlegen, ob... Oh, das könnten wir auch machen. Das Wasser einfach hier weiter ziehen. Einfach die Leitung durchziehen. Die andere mitnehmen. Hinten rum. Das ist glaube ich die bessere Idee. Ja, ist weiterer Weg, aber... hinten rum, wir haben das Wasser dann da. Können die anschließen. Gut ist. Schön. Dann gucken wir einmal nach dem Rezept. Rezept. Wir wollen hier... West-Uni machen. West-Uni ist tatsächlich ein... normales Standard-Rezept. Das heißt... West-Uni ist tatsächlich ein... Einstellungen. Hier. Einmal hier drüber. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Echt. Neun. Zehn. Helf. Zölf. Treizehn. Ja komm ich. Vierzehn. Fünfzehn. Sechzehn. So. Die Nummer sechzehn. Die Nummer sechzehn. Die braucht nochmal. Ähm. Registik. Registik. Nein. Glaubhause. Pennyfall. Taffi. So. Ich muss da nochmal hin. Und dann können wir den Spass anschließen. Wir brauchen eigentlich 40 oder so. Also wir müssten hier eigentlich hingehen und den Spass der... Ähm. Noch untertakten. Und... Aber das war jetzt. So. Ein Hangar. Ops. Das drin. Das drin. Das. Der Witz an dem Ganzen ist. Hätte ich die eine einfach stehen lassen und da dringend was gekappt. Hätte ich mir den Aufbau nochmal sparen können. Egal. So. Guck. Hier darf jetzt nicht zusammengesetzt werden. Okay. Dann gucken wir einmal. Dann sind wir auch schon auf der richtigen Pferde. Die Dinger sind angeschlossen, wie sie sein sollten. Ist die ein Pferde? Das hat es eigentlich keinen Sinn. So. 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 Das Wasser gleich schon mal verbunden. Hier. Ein anderes Spass auf. Wir müssen auch mal gucken aus welcher Richtung wir kommen. Da ist alles dran. So. Ich sehe das richtig. Hier geht's rein, oder? Perfekt. Ja. Hier geht's rein. Perfekt. Ähm. Wir ändern den hier. Und. Den. Und setzen uns hier. Schön. Einen. Ups. So. So. Das heißt. Wir haben unseren Eingang an Polymerharz definiert. Wir müssen jetzt nur noch da hinten drüber. Und einen Eingang, äh Ausgang an Polymerharz definieren. Jetzt ist die Frage, wie ich das am sinnvollsten machen. Das, solange ich das tue, noch weiterläuft. Nicht nachher, aber trotzdem nicht so viele Probleme habe. Mit dem. Ziemlich hier schwierig. Ich hab ne Ideen. Wir setzen den da schon mal hin. Das heißt, ich weiß unten, wo es rausgeht. Jetzt mit dem Zeug. Ich muss dann nur noch. Ähm. Gucken. Dass ich. Wen meine ich es jetzt am besten? Dahinten ist unser. Also. Das heißt, wir lassen ihn in die Richtung laufen. Und den lassen wir in die Richtung laufen. Äh. Da hab ich jetzt nicht drauf geachtet. Der muss natürlich auch richtig sein. Okay. Der muss rausgehen. Der muss von hier rüber. Dann ist doch alles gut. Schaffen wir. Die Zeit sagt, wir machen das jetzt nicht. Also. Ich werde das Band da hinten hinziehen. Und hier mit dem Wasser auch schon mal gucken. Was wir schon mal beschlossen haben gerade. Der Kollege geht hier schon mal rum. Genau. Ich sag mal, das war's für heute. Wenn ihr euch gefallen habt, dann lasst nur so ein Abo da. Glocke nicht vergessen. Daumenberg großartig. Kommentar freue ich mich riesig drüber. Und damit. Macht es gut. Käffchen. Ah. Viel besser aus mit Eugen. Ja. Noch nicht. Macht es gut. Tschüss. 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 Tschüss.